Ich gebe dir Geld für die Straßen ran. Habt ihr zufällig eine Krone? Lass nur, ich hab selber. Dann wollen wir mal. Guten Morgen, lieber Heiko. Guten Morgen, lieber Fred. Da freue ich mich, dass ich dich heute auf den Dx eingetroffen habe. Mein erster freier Dienst, frei händisch. Da wünsche ich dir allzeit gute Fahrt mit dem Dx. Recht viel Spaß damit und bleib wie du bist. Worauf du dich verlassen kannst. Dann dreieinhalb Jahre noch. Bei mir knappe vier, vier Jahre noch. Aber so lange genießen wir noch. Definitiv. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, sieht aber wirklich nicht schlecht aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nächste Haltestelle, Korbitz Betriebshof. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.